6-Pack over 50. Ja, diese Frage kommt in letzter Zeit immer wieder vor. Ich habe da eine Ahnung, warum. Weil ich eins habe. Und dann gibt es doch schon einige Nachfragen von Männern über 50, die sagen, Andreas, weißt du was? Diese Idee habe ich ja schon lange im Kopf. Ich würde ja auch gerne mal ein 6-Pack haben. Aber jetzt kommt die spannende Frage, lieber Andreas. Ist das mit 50 überhaupt noch möglich? Gute Frage, ne? Was denkst du? Was denkt ihr? Ist das möglich? Ja, es ist möglich. Nicht für jeden. Denn es gibt genetisch bedingt Männer, da ist einfach der Stoffwechsel nicht passend dazu. Das heißt, das bedeutet, den Einsatz, den die bringen müssten, um ein 6-Pack zu erreichen, wäre mit viel zu hohen Stressfaktoren verbunden, sodass gewisse Dinge Familien leben. Business, Sport, Ernährung und einen Hut zu kriegen, das ist dann super schwierig. Das ist ein kleiner Anteil, würde man sagen, von 10 bis 15 Prozent, wo genetisch bedingt ein großes Fragezeichen drin ist. Da würde ich sagen, schwierig. Der restliche Anteil, 80 bis 85 Prozent, ja, das ist möglich. Denn das Spannende ist, in der Regel sind diese Muskeln ja schon da. Die sind eben einfach von einer dicken Fettschicht belegt. Und in der Regel hat der Mann natürlich seine dickste Fettschicht um den Bauchnabel herum. 15 Jahre nach unten, 10, 15 Jahre nach oben, ist unser typischer Rinn beim Mann. Abdominales Bauchfett, sogenanntes Speicherfett, wo der Mann bunkert für ganz schlechte Zeiten. Für ganz schlechte Zeiten, die haben wir ja gar nicht mehr. Deswegen ist ja die Frage, warum bunkert es der Körper da? Ja, weil das Verhältnis zwischen Bewegung und Ernährungsverhalten, also nicht nur rein die Kalorien, die man zuführt, sondern natürlich auch, welche Art von Kalorien man zuführt. Das ist dafür ausschlaggebend, ob die Fettzellen leer bleiben oder ob sie gefüllt werden. Das ist letztendlich alles. Bleiben sie leer, werden sie gefüllt. Bewegungsverhalten zu wenig. Wir laufen zu wenig, wir bewegen uns zu wenig, wir sitzen zu viel. Im Verhältnis essen wir zu viel. Und dann auch noch das Falsche. Es muss nicht immer nur das Viele-Essen sein. Bei vielen Menschen ist auch das Falsche-Essen nicht nur das Viele-Essen. Ein ständig hoher Blutzuckerspiegel. Hört dazu, dass der Körper sagt, ey, zu viel Zucker im Blut. Dann werden wir gleich mal die Polizei rausschicken mit dem Anhänger und sagen, ladet mal die Gangster diese Energieeinheiten ein und fahrt sie mal bitte ins Gefängnis und zwar in die Fettzelle. Und die Fettzelle ist nach innen super durchlässig. Das heißt, die schreien Hurra rein mit denen. Nach außen, die lassen die ganz ungern raus, weil sie wissen, die können großen Schaden anrichten. Ja, und noch jetzt zurückzukommen auf das Thema Sixpack. Ja, diese Muskulatur ist versteckt unterhalb einer Schutzschicht. Schutz will ich nicht sagen. Es ist falsch interpretiert. Wir brauchen diese Schutzschicht nicht mehr, weil wir nicht mehr Not leiten müssen, weil wir eine Heizung haben, ein Auto haben, weil wir ein Haus haben, weil wir immer wieder Essen zur Verfügung haben. Schutzschicht ja dann, wenn es andersrum wäre. Und das war evolutionär gesehen in der Vergangenheit oft so. Aber heute ist es nicht mehr so. Ja, und jetzt ist die große Frage. Wie geht man da am besten vor, um dieses Sixpack breitzulegen? Erstens mal braucht man dafür natürlich ein spezielles Training. Ein rotfaseriges, aerobes Fettstoffwechseltraining, ein sogenanntes Kraftausdauertraining. Am allerbesten eine Kombination aus Ausdauer und aus Kraft. Also nicht nur Laufen gehen, nicht nur Fahrrad fahren gehen, sondern immer die Komponente Kraftsport mit einbauen. Damit wir spezifisch Muskelgruppen trainieren können, sollten, müssen, die in der Regel bei vielen Menschen zu kurz kommen. Denn wenn wir nur Laufen gehen, nur Fahrrad fahren gehen, können wir nicht auf Dysbalancen eingehen. Dysbalancen heißt, wir gucken erstmal den Guten an, der trainieren möchte. Am besten in der Badehose oder in der Unterwäsche. Dann stellen wir fest, oh wow, der hat eine Brustkyphose. Oh wow, seine Schulterblattgrätenmuskulatur ist zu schwach. Die Schulterblätter stehen hinten ab. Oh, er hat einen leichten Rundrücken, da muss er auch noch ein bisschen Stretching machen. Latisse muss dehnen, Brustmuskulatur dehnen, Trapez dehnen. Und er hat eine Schwäche der hinteren Oberschenkelmuskulatur. Und sein Po ist zu flach. All diese Komponenten müssen da mit rein, damit wir natürlich eine Homostase aufbauen. Damit wir ein Gleichgewicht haben. Denn Hauptsache nur Fett abbauen ist die halbe Miete. Kann man machen, wird ich aber niemals machen, sondern immer ganzheitlich. So, also immer eine Kombination aus Kraft und aus Ausdauertraining. Dazu sollte man die Herzsequenz berechnen, dazu sollte man berücksichtigen, wie gut ist eigentlich derjenige, der gerade startet. Wie viel Erfahrung bringt er mit und entsprechend dessen einen Trainingsplan entwickeln. Einen Trainingsplan besteht nicht daraus, dass man nur Aufgaben aufschreibt, was man machen sollte, sondern man sollte berücksichtigen, wie viel Zeit hat denn dieser gute Mann überhaupt oder diese gute Frau. Wie viel Zeit bringt er mit? Also was gut ist, wenn man mindestens dreimal pro Woche für ein Sixpack, drei pro Woche 45 bis 16 Minuten Zeit hat oder sechsmal die Woche 30 Minuten. Für ein gezieltes Fettstoffwechseltraining. Ob ihr das zu Hause macht, mit Tubes, mit Bodyweight, mit Handeln, im Fitnessstudio, das ist zweitrangig. Wichtig ist, dass ihr es tut und dass ihr euch dafür ein entsprechendes Zeitfenster nutzt, Zeitmanagement betreibt. Eintragt, wann wird denn eigentlich trainiert? Gleiche Zeiten festlegen. Vorne euch gleich die Gedanken machen, bin ich eher jemand, der zu Hause trainieren möchte? Bin ich eher jemand, der im Fitnessstudio will, weil da ausdruckt was los ist, weil man da speziellen Termin hat, dass man nicht abgelenkt wird? Bin ich jemand, der das gerne mit Handeln macht? Bin ich jemand, der das gerne an Maschinen macht? Oder liebe ich das Ganze mit Bodyweight? Alle Möglichkeiten sind da. Wichtig ist, dass du erstmal weißt, wie gehst du es an. Dass du ein Management hast, dass du ein Zeitmanagement hast, dass du eine Strategie hast. Und dafür brauchst du immer deine Strategie plant, der dir zeigt, was ist bei dir möglich, mit dir gemeinsam bespricht, was solltest du tatsächlich tun, wie gehst du am besten vor. So, und wenn das alles geklärt ist, das Thema Training, wo wird trainiert, wann wird trainiert, welche Art von Training wird gemacht, wie hoch ist die Herzsequenz, welche Wiederholungszahlen sollte man einhalten, wie sollte die Bewegungsgeschwindigkeit sein, die TUT, die Time on Attention, das heißt, wie langsam die Bewegung, wie viele Pausen solltest du machen, solltest du machen. Wenn das alles geklärt ist, dann haben wir erstmal Part 1. Dann kommt Part 2. Der wichtige Part. Der wichtigere Part. Das ist dein Essverhalten. Es geht ja darum, dass wir über das Training den Fettstoffwechsel aktivieren, sodass der Körper Sinn sieht, die Fettzellen anzuknabbern, sie zu öffnen. Das wird zu sorgen, dass das Fett aus der Fettzelle in die Mitochondrien, das ist die Kraftwerkzelle des Muskels, hintransportiert und dort nutzt als Energielieferant für die Bewegung. Also Fettstoffwechsel. Ein fettorientiertes Training, das heißt, dass hauptsächlich oder prozentual der Körper einen hohen Anteil in der Fettordnung arbeitet. Das kann man machen, indem man das Training richtig wählt und entsprechend die Herzsequenz, die Pausenzeiten richtig wählt. So, das ist ein Part. Und der andere Part ist, wir müssen den Körper ja hinbekommen, dass er außerhalb des Trainings auch seinen Fettstoffwechsel aktiviert. Denn wenn wir es nur schaffen, im Training bei drei Trainingseinheiten oder bei sechs Trainingseinheiten nach 30 Minuten den Fettstoffwechsel zu aktivieren, dann rechne ich euch mal kurz vor. Drei Trainingseinheiten, Stunde, 500 Kalorien im Durchschnitt pro Stunde und davon, wenn ihr richtig gut seid, nach 18 bis 12 Wochen Vorlaufzeit, seid ihr bei 30 bis 40 Prozent Fett. Das sind bei 1500 Kalorien in der Woche, das sind 30 Prozent davon, 10 Prozent sind 115, 450 Kalorien in Form von Fett. Und im momentanen Verbrennungseffekt. Der Nachbrennungseffekt ist noch nicht drin. Und jetzt wissen wir, ein Kilogramm Körperfett hat 7000 Kalorien, aber in der Woche nur 450 Kalorien. Das wird schwierig, ne? Genau. Und genau aus diesem Grund, weil das allein über die Bewegung schwierig ist, muss im Essverhalten entsprechend die Ernährung so strukturiert werden, dass der Körper zusätzlich, ohne dass wir ständig Sport betreiben, den Fettstoffwechsel aktiviert. Und jetzt fragt ihr euch, ja geht das denn? Ja, das geht wunderbar. Indem wir dem Körper erstes Mal ein bisschen weniger Energie zuführen, wie er tatsächlich braucht. Dazu sollte man berechnen, wie braucht der Energie der Körper? Durch deinen Beruf, durch deine Genetik. Was für ein Stoffwechseltyp bist du überhaupt? Und natürlich nochmal durch die Bewegung. Also einmal den Grundumsatz, den Arbeitsumsatz, genetisch einfließen lassen und den Sportumsatz. So, und dann müssen wir ein paar Kalorien davon abziehen, dass nicht der Körper überhaupt einen Sinn sieht, die körpereigenen Fettzellen zu öffnen und da drin das Fett zu klauen. Denn das macht der Körper nicht einfach so, weil wir es uns wünschen, das wäre schön. So, der macht es nur so, wenn er dazu geht, zwungen wird, über das Bewegungsverhalten und über das Ernährungsverhalten. Und im Ernährungsverhalten ist es wichtig, nicht nur Hauptsache ein Kaloriendefizit. Das funktioniert nicht, hat noch nie funktioniert. Es wird vielleicht in der Anfangsphase funktionieren. Aber dauerhaft wird es nicht funktionieren. Denn wer FDH betreibt, der hat eine Chance, weil er lernt nichts im Bereich des Ernährungsverhaltens, auf was er achten sollte. Wir sollten auch im Ernährungsbereich darauf achten, dass wir so weit wie möglich artenbedarfsgerecht uns ernähren. Dies bedeutet, dass wir solche Lebensmittel nutzen, die so natürlich wie möglich sind. So wenig wie möglich Fremdstoffe. Dann sollten wir darauf achten, dass der Blutzuckerspiegel natürlich ausfällt. Denn die meisten Menschen, die ein Übergewicht haben, die haben dieses Übergewicht nicht nur rein aus dem Bewegungsmangel heraus, sondern auch aus der Tatsache, dass sie einen Blutzuckerspiegel praktiziert haben, der so auf natürliche Weise nicht vorkommt, sondern über das Essverhalten, über das, was gegessen wurde, über das nicht artgerechte Essverhalten, ist dazu noch dazugekommen, dass der Körper immer einen Blutzuckerspiegel hat, der unnatürlich ist. Und das sorgt dafür, dass der Körper einen Schutzmechanismus hat. Und dieser Schutzmechanismus, das ist unsere Bauchspeicheldrüse. Die Produktion des Insulins. Ja, Insulin ist ein Schutzmechanismus. Würden wir kein Insulin produzieren, würde der Körper über den erhöhten Zuckeranteil, den die meisten Menschen sich zuführen in Form von Nudeln, Kartoffeln, Reis, Gebäck, Süßigkeiten, gesüßte Getränke, Fastfood etc., würden die ihre Zellen schädigen. Also hat der Körper einen Weg gefunden, das zu vermeiden, indem er über die Bauchspeicheldrüse Insulin produziert. Ja, und wenn diese Insulinproduktion ständig zu hoch ist, der ist der Körper ständig gezwungen, mit der Polizei in den Blutadern herumzurasen, mit dem Anhänger dran und die Jungs zu verhaften und abzuprägt zu bringen in die Gefängniszelle, in die Fettzelle. Ja, so ist das. Und das sind alles Dinge, die sollten berücksichtigt werden. Und wenn diese Dinge berücksichtigt werden, wenn dazu noch kommt, dass man ausreichend Schlaf hat, dass man auch darauf achtet, dass dieses Bewegungsverhalten, Ernährungsverhalten nicht den Stress ausartet, dass wir dazu nicht noch einen zu hohen Anteil über Business-Stress und Sozialstress mit reinnehmen. Denn würden wir darauf auch keine Rücksicht nehmen, könnten wir uns so gesund ernähren, wie wir wollen. Denn Stress kann ein unglaublicher Hindernisfaktor sein. Die meisten glauben es nicht, aber es ist wissenschaftlich bewiesen, es ist biochemisch verankert, dass der Fettstoffwechsel nicht funktionieren kann, wenn er ständig unter Stress sei. Wenn er ständig zu wenig schlaft, ist das Stress? Ja, auch das ist Stress. Wenn er ständig ein hohes Anforderungsprofil hat, durch Perfektionismus, durch Anforderungen von außen, durch Forderungsverhalten von dir selbst und von den Menschen außenrum, hast du ein Stressverhalten. Das merkst du vielleicht so gar nicht. Und da fragst du dich, hm, und da passiert viel, eigentlich ernähre ich mich ganz gesund und ich esse auch nicht zu viel, aber ich nehme trotzdem zu. Da ist wieder das große Fragenzeichen, ist da der Stress mit verantwortlich? Ihr seht, das ist ein Paket, das gehört geschnürt. Es ist möglich, aber es ist nicht so. Wir stipsen mal mit den Fingern und dann ist das Sixpack da. So wird es nicht funktionieren. Denn wir müssen dazu geschickt vorgehen, strukturiert vorgehen, mit einem guten Zeitmanagement, mit einem gesamten Paket. Paket Ernährung, Paket Bewegung, Paket Schlaf, Paket Achtsamkeit. Und dazu gehört auch noch das soziale Umfeld, die Familie mit einbinden und natürlich auch das berufliche Umfeld. Genau das ist das, warum es bei den meisten nicht funktioniert, weil in der Regel wird immer nur eine Ebene angepackt und das ist die Ebene der Bewegung. Ja, wenn du in der Woche siebenmal Zeit hast, drei Stunden Sport zu betreiben, Marathon laufen gehst, dann ist die Ernährung nicht mehr ganz so wichtig. Aber wer hat das heute als Unternehmer, im Business, als Führungskraft, als Selbstständiger? Wer hat diese Zeit? Also ich kenne niemanden, der diese Zeit hat. Genau aus diesem Grund sind es vier Bausteine, die wir brauchen. Das sind die vier Bausteine, die funktionieren. Das sind die vier Levels. Vier Level für den Erfolg. Und nur, wer diese vier Levels im Fokus hat, sich darum kümmert, wird auch Erfolg haben. dann kannst du dein Sixpack freilegen. Ja, wenn du willst. Natürlich ist es kein Gesundheitsfaktor. Natürlich ist es kein Muss. Natürlich ist es nicht nötig. Ein Ferrari ist auch nicht nötig. Eine goldene Rolex ist auch nicht nötig. Ein Täschchen von Louis Vuittier ist auch nicht nötig. Aber trotzdem macht es Spaß. Trotzdem ist es schön. Also wer das haben will, der braucht sich nicht verankern und sagen, das geht nicht. Mit 50 geht das nie. Ich bin das beste Beispiel dafür, dass es geht. Und ich habe natürlich einige Coaches, die es geschafft haben. Aber das waren genau die Coaches, wo diese Vorlevels berücksichtigt haben. So. Und jetzt fragst du dich. Andreas, das ist eine ganz schöne Aufgabe. Ich dachte tatsächlich, ich gehe mal ein bisschen raus zum Joggen, dann ist das. Das ist ja nicht alles. Das ist ja richtig ein schönes Paket, wenn man es stüren muss. Aber hör mal, Andreas, wie soll ich das machen? Ich muss mich ja um mein Business kümmern. Ich muss mich um meine Familie kümmern. Ich muss mich um mein soziales Umfeld kümmern. Ich habe nicht die Zeit, mir einen Trainingswahn zu stellen. Ich habe nicht die Zeit, mir einen Trainingswahn zu stellen. Da muss ich dir sagen, das sind die richtigen Gedankengänge. Da bist du genau auf dem richtigen Weg. Denn es gibt ganz schlaue Asiaten und die haben einmal gesagt, tu du das, was du kannst und übergib die Aufgaben, die Sachen, die du nicht kannst, an jemand, der es kann. Dann sparst du viel Zeit und du sparst viel Geld und dir wachsen keine grauen Haare. Und genau aus diesem Grund kannst du jetzt sagen, lieber Andreas, könntest du bitte, dann sage ich dir, natürlich kann ich das. Jetzt gehst du her und gehst unten in die Bemerkung rein, in die Shownotes und da findest du andreas-trienwacher.com und wenn du da reingehst, dann kannst du deinen ersten unverbindlichen, kostenfreien Erstberatungsstrategieplan, den kannst du hier ja, terminieren. Dein Wunschtermin und da haben wir in Kürze das Vergnügen, uns zu unterhalten, circa eine Stunde. Dann erkläre ich dir ganz genau, wie du dein Ziel erreichen kannst und du hast den Vorteil, dass du das Wissen von über, jetzt sind es schon 33 Jahre, bekommst von mir. Du hast die Garantie, dass alle Techniken, die ich in den letzten 33 Jahren gelernt habe, in Weiterbildungen, Fortbildungen, Ausbildungen, sind seit über 52 Stück, inklusive dem Wissen von über 28.000 erfolgreich beratenden Coaches und davon waren schon mal mindestens 8.000 online. So, das ist deine Garantie, die hast du jetzt und das musst du nur noch einmal bitte unten im Kalender deinen Termin eintragen und dann freue ich mich auf dich. Bis dahin, mach's gut, viel Spaß bei allem, was du tust, bleib gesund, bis bald.